Hast du jemals Veränderungen in deinem Körper bemerkt, nachdem du 60 geworden bist, die dich fragen ließen, ob sie normal sind? Vielleicht reagiert dein Körper nicht mehr so wie früher und Intimität fühlt sich anders an. Wenn du das erlebt hast oder neugierig bist, was mit dem männlichen Körper im Alter passiert, bist du nicht allein. Das ist ein natürlicher Teil des Lebens und heute gehen wir tief darauf ein, wie diese Veränderungen das männliche Glied nach 60 beeinflussen und was du tun kannst, um ein erfüllendes, intimes Leben zu führen. Wenn du noch nicht abonniert hast, abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine Videos verpasst. Deine Unterstützung bedeutet mir viel und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du mir helfen, weiterhin wertvolle Lektionen zu verbreiten, indem du es likest und teilst. Der menschliche Körper ist ein lebendiges, atmendes Zeugnis für den Verlauf der Zeit. Von dem Moment an, in dem wir unseren ersten Atemzug nehmen, bis wir unseren letzten ziehen, durchlaufen wir einen komplexen Wandel der Veränderung und Transformation. Jede Zelle, jedes Gewebe, jeder Teil von uns entwickelt sich mit dem Alter. Einige Veränderungen sind subtil, andere sind tiefgreifender und das männliche Glied ist da keine Ausnahme. Aber was können Männer wirklich nach dem 60. Lebensjahr erwarten? Sind die Veränderungen, die du bemerkst, Teil der natürlichen Ordnung oder gibt es Grund zur Besorgnis? Und vielleicht am wichtigsten, wie kannst du nicht nur eine funktionale, sondern ein wirklich erfüllendes, sinnvolles und befriedigendes intimes Leben aufrechterhalten, angesichts dieser unvermeidlichen Transformationen? Lass uns diese tiefpersönliche und doch universelle Reise erkunden. Eine der ersten und auffälligsten Veränderungen, die viele Männer im Alter erleben, ist ein allmählicher Verlust an Elastizität in ihrem Körper. Dies betrifft alles, von deinen Muskeln über deine Haut bis hin zum männlichen Glied. Im Laufe der Jahre werden diese einst geschmeidigen und flexiblen Gewebe weniger elastisch. Es ist nicht nur eine Veränderung, die da unten passiert, es ist Teil des gesamten Alterungsprozesses. Du wirst es an der Art und Weise bemerken, wie deine Muskeln an Spannkraft verlieren, wie deine Haut dünner wird und sogar wie sich dein Körper bewegt. Es ist die natürliche Folge des Älterwerdens, aber es kann sich dennoch sehr persönlich anfühlen, ja sogar beunruhigend, wenn es um deine sexuelle Gesundheit geht. Die Haut rund um das männliche Glied wird, wie die Haut über deinen gesamten Körper, im Laufe der Zeit dünner und weniger elastisch. Dieser Verlust an Elastizität kann sich direkt auf die Festigkeit und Steifheit auswirken, die während der Intimität erlebt werden. Wo du vorher vielleicht mit wenig Aufwand eine Erektion erreichen und diese so lange aufrechterhalten konntest, kann es nach dem 60. Lebensjahr anders werden. Der Prozess der Erregung kann langsamer werden und Erektionen sind möglicherweise nicht mehr so fest oder langanhaltend wie früher. Es ist wichtig, diese Veränderungen ohne Angst oder Scham anzuerkennen. Es ist ein Teil des Lebens, ein tiefmenschlicher Teil des Lebens und das Verständnis dafür kann helfen, einige der emotionalen Belastungen zu mindern, die oft mit dieser Phase einhergehen. Eine der entscheidenden biologischen Veränderungen, die für diese Verschiebungen verantwortlich ist, ist die Blutzirkulation. Mit zunehmendem Alter, insbesondere nach dem 60. Lebensjahr, verringert sich die Effizienz unseres Blutflusses. Das Blut fließt einfach nicht mehr so kräftig oder reibungslos durch unsere Venen wie in unserer Jugend. In Bezug auf die Intimität kann dies besonders auffällig sein. Das Blut, das die Corpora Cavernosa, das schwammige Gewebe im männlichen Glied, das sich während der Erregung aufbläht, füllt, kommt mit weniger Kraft an. Darüber hinaus werden die Wände der Blutgefäße, die für diesen Prozess verantwortlich sind, im Laufe der Zeit auf steifer, ein Zustand, der als Atherosklerose bekannt ist. Die Kombination dieser Faktoren erschwert es, Erektionen zu erreichen und aufrecht zu erhalten. Dies kann für viele Männer tief frustrierend sein. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass dies ein völlig natürlicher Teil des Eiterns ist und nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Erektile Dysfunktion Dysfunktion ist eines der häufigsten Probleme, mit denen Männer im Alter konfrontiert sind, insbesondere nach dem 60. Lebensjahr Laut medizinischer Forschung erleben zwischen 40% und 70% der Männer in diesem Altersbereich eine Form von Erektile Dysfunktion. Das ist eine erstaunliche Zahl und es kann beängstigend oder sogar einschüchternd wirken, zu denken, dass dies Teil deiner Erfahrung werden könnte. Es ist jedoch entscheidend, sich daran zu erinnern, dass Erektile Dysfunktion nicht das Ende deines intimen Lebens markiert. Es ist kein Todesurteil für dein sexuelles Wohlbefinden. Ja, es kann ein herausforderndes Problem sein, aber es kann mit den richtigen Werkzeugen, der richtigen Einstellung und Unterstützung bewältigt werden. Von medizinischen Eingriffen über Lebensstiländerungen bis hin zu psychischer Unterstützung gibt es unzählige Möglichkeiten, Erektile Dysfunktion anzugehen und weiterhin eine befriedigende, intime Beziehung zu genießen. Im Kern ist Erektile Dysfunktion ein vielschichtiges Problem. Es geht nicht nur um körperliche Leistung, es geht auch um emotionale und psychische Gesundheit. Die Angst, seine Potenz zu verlieren, kann schwer auf dem Geist eines Mannes lasten und zu Angstzuständen, Stress und sogar Depressionen führen. Diese emotionalen Reaktionen können wiederum die Situation verschlimmern und einen Kreislauf der Frustration schaffen. Aber es ist wichtig, diesen Kreislauf zu durchbrechen, indem man Hilfe sucht und offen über seinen sich verändernden Körper spricht. Intimität geht weit über körperliche Leistung hinaus, es geht um Verbindung, Verwundbarkeit und gemeinsame Erfahrungen mit deinem Partner. Und in deinen späteren Jahren können diese Elemente noch tiefere Bedeutung gewinnen. Statt sich ausschließlich darauf zu konzentrieren, was dein Körper kann oder nicht kann, umarme die emotionale Tiefe und Nähe, die Intimität bringen kann. Dort liegt das wahre Glück, unabhängig vom Alter. Wenn du dieses Video immer noch schaust und diese Lektionen nützlich findest, hinterlasse bitte die Nummer 1 in den Kommentaren, um mir mitzuteilen, dass du dieses Video noch mit mir anschaust. Ein weiterer bedeutender Faktor, der den männlichen Körper nach 60 beeinflusst, ist der allmähliche Rückgang der Testosteronwerte. Testosteron wird oft als das Hormon betrachtet, das Männlichkeit definiert, es ist verantwortlich für sexuelles Verlangen, Energieniveaus, Muskelmasse und vieles mehr. Ab den 40 Ähren beginnen die Testosteronwerte zu sinken, aber nach 60 wird der Rückgang deutlicher. Dieser Rückgang kann zu einem verminderten sexuellen Verlangen führen, was oft dazu führt, dass Männer weniger Interesse an Intimität haben als in ihren jüngeren Jahren. Das brennende Verlangen, das einst allgegenwärtig zu sein schien, kann zu Flackern beginnen und die Häufigkeit sexueller Begegnungen kann abnehmen. Aber hier ist der entscheidende Punkt, nur weil das Verlangen nicht mehr so stark ist, heißt das nicht, dass das Vergnügen, die Zufriedenheit oder das Bedürfnis nach Intimität verschwindet. Ganz im Gegenteil, diese Lebensphase lädt Männer ein, ihre Beziehung zur Intimität neu zu überdenken und zu definieren. Es geht nicht mehr um die hohe körperliche Präsenz der Jugend. Stattdessen wird es zu einer Gelegenheit, auf einer tieferen emotionalen und sogar spirituellen Ebene mit einem Partner zu verbinden. Es geht um gemeinsame Momente, Nähe und das Vergnügen, einander zu verstehen und wirklich kennenzulernen. Der körperliche Akt des Geschlechtsverkehrs kann sich verändern, aber die Freude, die Verbindung und die Zufriedenheit, die Intimität bringt, können in den späteren Jahren sogar noch tiefgreifender sein. Es gibt eine Zärtlichkeit und Fülle der Intimität im Alter, die jüngere Männer vielleicht noch nicht verstehen. Die Vorstellung, dass Intimität mit dem Alter verblassen muss, ist ein Mythos, ein schädlicher noch dazu. Altern bedeutet nicht das Ende deines Sexuallebens. Stattdessen ist es ein neues Kapitel, in dem du Liebe, Verbindung und Zufriedenheit auf eine Weise erleben kannst, die dich überraschen könnte. Sicher, dein Körper verändert sich, aber diese Veränderungen bringen mit sich die Möglichkeit, neue Formen der Nähe mit deinem Partner zu erkunden. Ob durch körperliche Intimität, emotionale Bindung oder einfach durch ruhige Momente miteinander, Intimität erhält eine ganz neue Bedeutung. Schließlich möchte ich die Bedeutung des Suchens nach Unterstützung betonen. Leid nicht in Schweigen. Ob es darum geht, mit einem Arzt über Erektiledysfunktion zu sprechen oder mit deinem Partner über deine sich verändernden Bedürfnisse und Wünsche zu reden, Kommunikation ist der Schlüssel. Viele Männer fühlen sich verlegen oder beschämt, zuzugeben, dass sie kämpfen, aber die Wahrheit ist, dass sich der Körper eines jeden mit dem Alter verändert. Je offener du sein kannst, sowohl mit dir selbst als auch mit den Menschen um dich herum, desto erfüllender kann dein intimes Leben werden. Es gibt Lösungen und es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Hier kommt die tiefgreifende Bedeutung des Lernens, deine Sexualität wie der Zünddecken, wirklich zum Tragen. Intimität nach 60 wird weniger impulsiv und mehr durch die Tiefe der emotionalen Verbindung geprägt. Während es einfach ist, sich auf die physischen Aspekte zu konzentrieren, bietet diese Lebensphase eine wunderschöne Gelegenheit, neue Formen der Intimität zu erkunden, bei denen Vergnügen nicht mehr ausschließlich an der Steifigkeit des männlichen Gliedes gemessen wird, sondern an der Qualität des Bandes, das du mit deinem Partner teilst. Es geht um Zärtlichkeit, Verständnis und emotionale Nähe, die vielleicht im Eifer der Jugend übersehen wurden. Dies ist eine Zeit, in der intime Handlungen sich in etwas weit Bedeutenderes, Bereicherndes und Tiefgründigeres verwandeln können. Die Wahrheit ist, Intimität in deinen späteren Jahren kann unglaublich belohnend sein, sogar mehr als in deinen jüngeren, körperlich getriebenen Tagen. Es geht um die kleinen Dinge, eine Berührung, ein Blick, ein stiller, geteilter Moment. Diese Momente der Verbindung gewinnen an Bedeutung und ermöglichen es dir, eine Intimität zu erleben, die über das Physische hinausgeht und in die emotionalen und sogar spirituellen Bereiche eintaucht. Es ist eine Gelegenheit, gesellschaftliche Zwänge und unrealistische Leistungsstandards loszulassen und stattdessen den Reichtum gemeinsamer Erfahrungen und emotionaler Verwundbarkeit zu umarmen. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Männer mit dem Alter eine Abnahme der Empfindlichkeit des Gliedes bemerken. Diese Veränderung kann anfangs beunruhigend sein. Die vertraute Intensität der körperlichen Empfindungen kann beginnen zu schwinden. Und das, was einst leicht fiel, den Höhepunkt zu erreichen, kann mehr Zeit in Anspruch nehmen oder mehr Aufwand erfordern. Einige Männer stellen fest, dass das Vergnügen, das sie empfinden, anders ist, vielleicht weniger scharf oder intensiv als in den vorherigen Jahren. Dieser Wandel in der Empfindung ist teilweise auf die natürlichen Veränderungen in der Elastizität und Blutzirkulation zurückzuführen, wird aber auch durch die Abnahme der Nervenenden beeinflusst, während der Körper eitert. Diese Nervenenden, die einst zu einer erhöhten Empfindlichkeit beitrugen, nehmen allmählich ab, was es schwieriger macht, Heize mit der gleichen Intensität wahrzunehmen. Während diese Veränderung der Empfindlichkeit frustrierend sein kann, insbesondere wenn du sie mit der Art und Weise vergleichst, wie es früher war, ist es wichtig, geduldig und offen zu bleiben. Statt diese Transformation als Verlust zu betrachten, ist es hilfreich, sie als Gelegenheit zu sehen, sich anzupassen, zu lernen und auf neue Weise zu wachsen. Ja, die körperlichen Empfindungen können anders sein, aber mit der richtigen Einstellung ist es durchaus möglich, weiterhin ein tief erfüllendes, intimes Leben zu genießen. Diese Veränderung kann dich dazu ermutigen, andere Wege des Vergnügens zu erkunden, sei es durch längeres, gezielteres Vorspiel oder durch die Fokussierung auf die emotionalen Aspekte der Intimität, wie Kommunikation, Zuneigung und gemeinsame Erfahrungen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass die Zeit, die benötigt wird, um den Höhepunkt zu erreichen, nicht deinen Wert oder deine Fähigkeit, deinem Partner Vergnügen zu bereiten, widerspiegelt. In vielerlei Hinsicht kann mehr Zeit das Erlebnis bereichern, indem es sowohl dir als auch deinem Partner ermöglicht, die Verbindung zu genießen und Vorfreude aufzubauen. Dieses langsamere Tempo ermöglicht oft eine tiefere emotionale Intimität, was zu einem tiefer gehenden Gefühl der Erfüllung für beide Partner führt. Die Wiederentdeckung deiner Sexualität in diesem Alter bedeutet, den Fokus von der Leistung auf die Präsenz zu verlagern. Es geht darum, im Moment vollständig präsent zu sein, nicht zur Ziellinie zu eilen, sondern die Reise der Nähe und Verbindung zu schätzen. Intimität mit einem offenen Herzen und Geist zu erkunden, kann neue Dimensionen des Vergnügens erschließen, die vielleicht früher im Leben nicht vollständig erkannt wurden. Sei es, neue Formen der Berührung auszuprobieren, verschiedene Wege zu erkunden, um sich zu verbinden oder einfach mehr Zeit damit zu verbringen, emotional zu reden und sich zu binden, diese Erfahrungen können die Leidenschaft auf unerwartete Weise neu entfachen. Es ist auch erwähnenswert, dass viele Männer feststellen, dass ihre Partner diese Veränderung zu schätzen wissen. Wenn der Druck, sich in der gleichen Weise wie in der Jugend zu beweisen, nachlässt, verlagert sich der Fokus auf das gegenseitige Vergnügen, bei dem beide Partner an einem ausgewogenären, bedeutungsvolleren Austausch teilnehmen können. Auch Frauen erleben oft Veränderungen in ihrem Körper, wenn sie älter werden und indem sie gemeinsam diese Veränderungen bewältigen, können beide Partner ihr Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche des jeweils anderen vertiefen. Wenn du dieses Video immer noch schaust und diese Lektionen nützlich findest, hinterlasse bitte die Nummer 2 in den Kommentaren, um mir mitzuteilen, dass du dieses Video noch mit mir anschaust. Geduld, Kommunikation und die Bereitschaft, neue Ansätze zu erkunden, sind entscheidend, um ein erfüllendes, intimes Leben nach 60 aufrecht zu erhalten. Mit der richtigen Anleitung, sei es durch professionelle Unterstützung, Therapie oder einfach offene Gespräche mit deinem Partner, ist es möglich, sich an diese Veränderungen in der Empfindlichkeit anzupassen und eine reiche, befriedigende sexuelle Beziehung zu genießen. Viele Männer finden, dass sie mit der Zeit beginnen, diese neuen Empfindungen und den langsameren, nachdenklicheren Zugang zur Intimität zu schätzen. Es geht darum, sich an den gegenwärtigen Moment anzupassen und Freude daran zu finden, was dein Körper noch tun kann, anstatt zu lamentieren, was er früher konnte. In diesem Sinne ist es wichtig, die Vorstellung zu umarmen, dass Sexualität im Reifenalter nicht an den Standards der Jugend gemessen werden sollte, sondern als neue, sich entwickelnde Phase der Erkundung und Entdeckung gefeiert werden sollte. Wenn wir älter werden, wird Intimität zu einem reichen Gewebe von Erfahrungen, die über das rein Physische hinausgehen. Es geht um tiefere Verbindungen, emotionale Bindungen und ein größeres Verständnis für die Feinheiten, die Intimität so erfüllend machen. Der jugendliche Eifer mag verstummt sein, aber an seiner Stelle bietet sich die Gelegenheit, eine Art Nähe und Zufriedenheit zu erleben, die von einem tieferen Verständnis von sich selbst und deinem Partner kommt. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sexualität in jedem Alter nicht nur den Körper betrifft, sie ist auch tief mit dem Geist verwoben. Bei Männern über 60 können die körperlichen Veränderungen, sei es erektile Dysfunktion, vermindertes Verlangen oder eine langsamere Reaktion auf Erregung, zu einem Verlust des Selbstvertrauens führen. Diese Veränderungen können Gefühle von Frustration, Angst oder sogar Scham hervorrufen. In einer Gesellschaft, die oft so viel Wert auf Virilität und körperliche Leistung als Marker der Männlichkeit legt, ist es leicht zu glauben, dass man einen Teil von sich selbst verliert, wenn der Körper nicht mehr so reagiert wie früher. Es ist jedoch entscheidend, diese Gedanken neu zu formulieren. Diese Veränderungen sind kein Verlust der Männlichkeit, sie sind einfach eine natürliche Evolution des Körpers. Eitan ist nichts, wovor man Angst haben oder sich schämen sollte, sondern etwas, das man verstehen und annehmen sollte. Hier kommt die Bedeutung des Wissens und der Entstigmatisierung des Eitans ins Spiel. Indem Männer mehr über die natürlichen Veränderungen erfahren, die mit dem Eitan einhergehen, sowohl physisch als auch psychologisch, können sie sich von den vereiterten Vorstellungen befreien, dass Eitan einem Verlust von Vitalität oder Wert gleichkommt. Bildung ermöglicht es uns, Angst und Scham durch Wissen und Selbstbewusstsein zu ersetzen. Wenn wir die natürlichen Prozesse des Eitans entstigmatisieren, geben wir uns die Erlaubnis, weiterhin das Leben und die Liebe in all ihren Formen zu genießen, einschließlich der Intimität. Am Ende des Tages ist Sexualität nach 60 kein Rückgang, sondern ein Übergang, eine Gelegenheit, das zu rediscovern, was Intimität wirklich bedeutet. Es ist eine Zeit, neue Formen der Verbindung zu erkunden, sowohl emotional als auch physisch, mit einem größeren Fokus auf Kommunikation, Geduld und Verständnis. Statt sich darauf zu konzentrieren, was sich vielleicht verändert oder verloren gegangen ist, geht es darum, das zu umarmen, was weiterhin erlebt, geteilt und genossen werden kann. Mit einem offenen Herzen und Geist können Männer in ihren späteren Jahren feststellen, dass diese Lebensphase tiefgreifende Möglichkeiten für Wachstum, tiefere Verbindungen und erfüllende intime Erfahrungen bietet, die möglicherweise sogar die ihrer Jugend übertreffen. Wenn wir zum Ende dieser Erkundung der sich entwickelnden Reise der Intimität nach 60 kommen, hoffen wir, dass dies dir geholfen hat zu erkennen, dass das Alter nicht nur Veränderungen mit sich bringt, sondern auch neue Möglichkeiten, emotionale Verbindungen zu vertiefen und Sexualität auf bedeutungsvolle Weise wiederzünddecken. Was hast du bisher gelernt? Welche Einsichten über deinen Körper, Geist oder Beziehungen haben dich berührt? Wir würden gerne von dir hören, kommentiere unten mit einer Sache, die du heute gelernt hast und in deinem eigenen Leben umsetzen möchtest. Wenn du dieses Video hilfreich fandest, teile bitte deine Gedanken in den Kommentaren unten. Und vergiss nicht, zu liken, zu teilen und unseren YouTube-Kanal für mehr Inhalte wie diesen zu abonnieren. Deine Unterstützung bedeutet uns die Welt.